willkommen freunde zu einer runde fury unleashed wir schauen das ganze mal an hier ein bisschen solo zocken korb macht bestimmt auch spaß aber ich will mal gucken wie weit ich komme so natürlich spielmodus man kennt ihn leicht so was haben wir denn erwachen der alten götter auswählen genau das nehmen wir auch gleich mal gucken wie die steuerung ist her kritzel so wir können wir springen und hier mit körper schießen also wir haben jetzt zwei ist der joysticks auf dem xbox 360 controller am pc ich werde so was auf die fresse kriegen obwohl es geht eigentlich hoffe ich doch mal gucken wenn die ersten gegner kommen hier geht es ja doch ganz locker durch so halte rb um zu sprinten ok alles klar naja das ging ja auch noch ja langsam kommen die eigenschaften die man so haben musste auha das war natürlich nix so ja er hilft mir glaube ich beim ziel noch so ein bisschen das geht ja noch ja halt falsch ja noch werden die sich nicht aber ich glaube das kommt später so gucken wir kommen hier hoch also ok wir können auch an hier an der bande lang springen das sehr gut also lbs granate nur mal merken hier ja das hat schon ein bisschen was geiles game muss ich sagen macht spaß aber ein bisschen was anderes sagen wie ja 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 das tat natürlich weh was ich gut finde man stirbt nicht gleich das war immer alles so art tutorial hier ok na kampf ltl stampfen lt drücken wir so alles klar so funktioniert das ok ok super kraft aber natürlich wieder viele optionen die wir auswählen können mal gucken wie lange ich mir das überhaupt alles noch merken kann hier nur das hat ja ganz gut hingauen so der kapitel 1 karte jetzt geht es erst richtig los hier können wir uns die karte angucken ok ich hoffe dass wir genug einsammeln können ja ganz neu ist gemacht so wo waren die granate nochmal da können wir wieder schießen jetzt wird schon ein bisschen schwieriger bis jetzt benutzt er auch noch das auto eben obwohl es ja auch auf einfach gestellt du hast sie wie lange doch so 48 energie schöner unten hier ach so nah kampf können wir die kaputt machen alles klar jo jetzt mal hier nach unten natürlich geil mit der karte finde ich das ist so kann man ganz anderes zocken irgendwie hier geht es auch noch weiter hier geht es auch noch weiter hier geht es auch noch weiter wo haben wir den aufplatten aua mal gucken mit den tasten klarkommen hier so was haben wir den granatwerfer ausrüsten oh 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 der ist aber nice wo trifft mich denn da immer oh ich rb drücken müssen oh oh ich rb drücken müssen nur noch neun energie so ausrüster auf jeden fall erhöht das leben so jetzt können wir da lang wir können auch mal nach oben das ist kartenmäßig aus da sind wir da sind wir ja hier habe ich platt gemacht jetzt bin ich mal gespannt wo ich anfange jetzt verbessern und gibt mehr zeit bevor die kombos beendet sind schnellreise kräuter kundler mal mal ladegeschwindigkeit so hier oben ist da einer können wir auch noch verbessern ach so alles klar ne habe ich jetzt kosten 1 wie viel habe ich denn helden level 1 fähigkeitspunkte 0 ok dann gehen wir mal zurück so machen wir da mal weiter wo wir gelandet sind genau immer unterschiedliche nice waffen muss ich sagen mal gucken wie war wie weit wir hier kommen ob wir jetzt ein bisschen besser sind mal ein bisschen gelernt haben hier ausrüsten so nahkampfwaffe können wir einsetzen genau also sperrt können wir hier in die höhle rein oder so ne so so von da komme ich ja ne genau aufpassen so und eben habe ich nochmal eine bombe gezündet ah scheiße hier ist nichts ok wird ja sagen können das dann secret ist auch wenn man nix sieht also ja hier geht's mensch ziel da richtig jetzt muss ich wohl doch selber zielen vorhin ging das noch so ziemlich automatisch so außer ausgabe 22 rüstung ja ist immer blöd wenn man so eine kiste kaputt macht aber nix sieht so wo geht es hier weiter aber das 78 230 nur noch sind hier irgendwie sonst noch eine andere taste hier muss man wahrscheinlich aber auch ein bisschen mehr in bewegung bleiben glaube ich bin da immer zu leben irgendwie ja sehr gut sehr gut sehr gut mal ganz da unten mal ganz da unten mal ganz da unten noch ein bisschen mischung aus nahkampf ist glaube ich gar nicht verkehrt was haben wir hier kleine spende hier machen wir dann noch so was einsammeln hier ich habe noch nicht rausgefunden wo ich meine energie auflade ehrlich sagen ist das hier ein bonus level so was kann man denn hier fortsetzen 20 jahre comic university schön was müssen wir jetzt hier machen meine runden alles klar stand ja b zum betreten drücken wo geht es hier unten auch nochmal lang kein secret kann nix so kapitel 2 erreicht sehr geil tipp 11 halte deine kombo hoch und mehr lebenskugeln zu erhalten immer ich habe eine überraschung für dich interessiert aber gegen gezogen etwas goldene tinte akzeptieren aber wir haben keine 75 scheiße 14 okay wenn man nix machen da musste ich jetzt mal ein bisschen splattern das hat mich immer beinahe zerlegt so scheiße man 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 hält verbessern jetzt können wir unseren hält wieder verbessern fähigkeit punkte 1 was nehmen wir denn hier alles klar wenn es rot ist dann ist aktiviert alles klar weiß bescheid so b ist zurück was haben wir denn hier ich will comic wechseln nach y ist das ist noch gesperrt auch noch gesperrt ok geht es hier weiter wir kriegen ja aber ganz schön auf die fresse was haben wir hier schönes neu knarre neues glück ich muss da ein bisschen konzentrierter sein oh ja die die schmeckt jawohl der ist auch platt der nächste ist platt wenn wir jetzt rechts rüber oder links was sagt in die karte gucken wir mal rechts war man noch nicht die ruf energie 64 ok so y können wir einfrieren drei granaten aber auch noch ausrüsten alles klar so sagt die karte da lang schön das gold einsammeln 64 ja mal wieder ist doch gut wir gehen mal rechts lang ausrüstung alter energie nur noch 15 ich habe immer noch nicht verstanden wo ich die energie aufladen kann dann merkwürdig irgendwo mal energie oder so einsammeln ich sammle immer diese schwarzen punkte ein alter energie 1 was sagt die karte denn überhaupt so da sind wir müssten eigentlich schön nicht nach oben fordert combo zum eintreten ok wir gucken mal auf die karte jetzt da schade manne ich komme irgendwie nicht weiter aber wir verbessern unseren held mal wieder verbessern und b ist wieder zurück so wir müssen auf jeden fall hier mal rauskommen oder aus dem level ja ok aber wenn wir so spielen müssen wir uns nicht wundern schön immer alles einsammeln hier ausrüsten so karte sagt danach unten ok hier lang und dann nach unten so so 71 energie naja sag schon mal schlechter aus das sagt die karte jetzt müssen wir da lang ja also war gut was vertragen alles klar müssen wir ob lang wie lang ist richtig wenn man alles schön einsammeln alles looten was man hier irgendwie findet so da rechts ist der stern da geht es raus aus dem level sozusagen ja prima kapitel 2 akzeptieren halt doch völlig lost vielleicht doch nicht überleben wer mir doch fast gedacht wusste gar nicht dass auch geister kommen können so fähigkeitspunkt hält 1 so müssen auch hier mal weiter kommen ein bisschen gold einsammeln ist immer gut ja so geht das schon besser ja jawoll wir dürfen nicht so viel energie verlieren ja das ist eine scheiße da wäre energie gewesen jetzt habe ich zum ersten mal gesehen die roten kugeln ja was uns das bringt jawoll ausrüsten akzeptieren akzeptieren wir mal so nach unten und den haben wir auch und den haben wir auch glück gehabt jetzt rießen ballerei im dm mann 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 so energie bei 30 Aber geschafft, Kapitel 1, Kapitel 2 Sehr gut So, Kapitel 2 haben wir ja auch schon gesehen Aber auch wie nah nur 30 Äh Erhalte 200 goldene Tinte Jeder Boss killt 3 Stellt 3 Rüstung wieder her Tinte verschwindet nicht Gucken wir mal das Diese scheiß Pflanzen Die da so rauswachsen Na, es gibt zwar viel Gold Aber mir wird es lieber Wird jetzt ein bisschen Energie bekommen Guck mal, du scheiß Fliege Sieht so ein bisschen aus wie Skeletor, finde ich Ah, scheiße Naja, egal Held verbessern Noch einmal spielen Ja, der, ähm Geht ja nicht weiter nach unten Der drückt ja hier mal Ach, jetzt bin ich hier bei 2 Okay Naja So, wir machen es nochmal Aber ansonsten wiederholen wir mal den Level Scheiß auf Charakter verbessern So, wir müssen jetzt mal ein bisschen konzentrierter sein Oh, Mann ey So, wir holen uns das jetzt erstmal Oh, die hat doch schon ganz nice Bums, die Waffe Jo Ah Das war ein Satz mit X Das war wohl nix Oh, da haben wir nur 25 Da nach oben Ne Muss uns die Karte mal angucken Wir sind da Da noch da Können nach oben Okay Aua Treffen die denn immer Ey, das gibt es auch gar nicht Die Schweine Mann, Mann, Mann Meine Transferspende Ja Habe ich nicht Habe ich nicht In Arm Aua So, okay Was wir machen Aber Ah, Mann Konzentration Was ist denn da los? So, jetzt haben wir ja 59 Jetzt müsste es klappen Jo Schnellreise plus y Sagt Ich jetzt richtig sehe Hier die Kammer Da waren wir auch noch nicht Ob man sich Diese Fleischfresse und Pflanzen Nicht da sind Okay Das war auch wieder selten dämlich Ich sehe immer nicht, wo die alle herkommen Ey, das sind so viele Ist oben wieder eine Spinne So, was sagt die Karte Okay Warte sagt Hier geht es weiter Ah Hätte ich auch mal Den hier benutzen können So Akzeptieren Best Fehlgeschlagen Naja Gold, Gold, Gold Es geht immer nur ums Klote Gold Zack Na oben Ja genau Immer gleich gucken Ist da oben Ja ein Gegner ist Ja Hier rüber Zack Hier können wir hier auch wieder zurück Ich bin neulmonster Ja gut Der muss da auch sein So Energie 23 Scheiße So Da unten gibt es noch ein Fragezeichen Wollen wir uns das da mal Oh Wir sind hier und müssten da oben Okay Okay Das Müsst du hinkriegen Na Springst du da auch So Schon was eingesammelt Sehr gut So Jetzt gucken wir mal Wo geht es denn hier weiter Er zeigt Ach wir sind da Das heißt nach unten Hier lang Genau hier müsste er richtig sein Jetzt nach unten Ja Das war ja mal eine relativ Normal und gute Angelegenheit So Jetzt sind wir da Ja und wenn wir zum Stern wollen Müssen wir nach oben Wir sind jetzt hier Genau Wir müssten jetzt Wollen wir jetzt hier runterfallen Hm Mal kurz Pause So Da kam ein kleiner Anruf Dazwischen Das passiert mal Gibt auch wichtige Dinge im Leben Die so parallel passieren So Jetzt wollen wir da unten zum Stern Müssen wahrscheinlich hier erstmal rüber Gucken wir nochmal Sind wir hier Komisch Bisher eigentlich Jetzt sind wir hier Hm Wahrscheinlich müsste er noch irgendwas freischalten oder einsammeln So Gucken wir nochmal Ah ich sehe gerade wo wir noch nicht waren So Zwar Hier rüber Hier unten müsste das sein Es war hier Genau hier war man noch nicht Na Ich hoffe doch Na Gott sei Dank Haben wir geschafft Ich dachte schon wir gehen drauf oder so Kleine Spende Ah Alles klar Hier geht's weiter Super Portsetzen Kapitel 2 Ah scheiße So Diesmal gehen wir noch auf noch einmal spielen Jo Alles klar Prima So So Ich liebe ja diese Dreiecke Diese Kisten Und diese ganzen Secrets Ja echt ganz nice Schade Es ist fehlgeschlagen Wolltest du mal probieren Ja wird knapp Aber wir könnten ja auch sprinten Okay wir probieren es noch einmal Ja das war es doch schon wieder Ne das war nix Das wird doch nix mehr So Wir müssen aber auf jeden Fall hier lang Genau passen wegen der Säure Ding hier Ich muss hier weg Alter das hat doch mal Energie gekostet Der Scheiße Das war nicht gut Warum eigentlich War ich denn da so schlecht Hier passieren aber auch so viele Dinge auf dem Bildschirm Auf die man beachten muss Oh sägeblätter haben wir jetzt schon Das geile ist Das ist immer so Ja man weiß immer gar nicht was man so richtig bekommt Das ist das coole Das ist so Ja Mal so einfach Lockerflockig Eine andere Waffe Jo Ich sehe auf Hier können auch Gegner einfrieren Mit Y Das sollte ich auch mal wieder machen Wenn man beim Laufen zu doll drauf drückt Auf das Steuerkreuz Dann kommt natürlich die Map Das ist manchmal ein bisschen nervig Aber okay Reine Konzentrationssache Ja siehst du Die Kombos habe ich so gar nicht benutzt Das ist auf jeden Fall eine nice Sache Sollte man öfter machen So Es kribbelt hier nur eine Spinne rum So jetzt müssen wir mal gucken Wo geht es denn lang Wir sind da Ich glaube nach unten müssen wir Wollen mich jetzt drauf Achter unten Noch einmal So kommen Geben so einfach Geben wir nicht auf Oh wow Geben so einfach Geben so einfach Wir sollten wir auch viel öfter Die Bomben benutzen Die wir haben So zack zack Hoch Kommen wir hier Der nächste Boah da muss ich aber gut einstecken Mann 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 Scheiße Scheiße Oh hier fliegen so viele Sachen Durch den Raum Dass man das teilweise echt gar nicht Oh Kapitel 1 Genau Dass man das alles gar nicht so im Blick hat Man muss es aber im Blick haben Ja 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 Die Waffe kennen wir auch noch nicht Die ist auch neu Oh Mann ey Alter Schwede Wie kaputt muss man im Kopf sein So zu spielen ey Mann 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 Und dann Boah, schade, dass es hier nicht mal irgendwo ein Secret oder so gibt. So. Wir sind jetzt da unten. So, wir haben alles looten. So, schön Ausrüstung geholt. Das war eine Runde. Die Waffe ist so schon ganz nice, aber du musst halt dir merken, dass du halt gedrückt hältst. Und nicht loslässt. Wir gucken erstmal, wo wir überhaupt hin müssen. Hier war man noch nicht. Okay, da sind wir da oben. Das haben wir jetzt erkundet. Sehr schön. Wahrscheinlich hier lang. Genau, hier waren wir noch nicht. Ah, hier geht es weiter. Sehr gut. Kapitel 1. Jetzt kommt Kapitel 2. Oh, hier rein. Ich muss sagen, die Waffe hat schon ganz gut Dampf. Ah, ja, jetzt kommen wir ja unsere Fleischfresser wieder. Schade, da ist in so einer Box, die mal irgendwie mehr Energie drin ist oder so. So, jetzt sind wir hier. Als wir gehen hier runter. Jawoll. Das Grün sieht natürlich geil aus, ne? Der wird ein bisschen dunkler gemacht hier. War alles eingesammelt hier? Ne. Ja. Ah, Bosskampf. Für den Seelen gewonnen. Oha. Scheiße, Alter, ist der schwer. Mann, 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 ey. Noch einmal spielen. Ah, er fängt immer bei Kapitel 1 an. Ah, speichern ist da nicht viel. Wusste echt schon so. Einigermaßen versuchen, so normal durchzukommen. So. Dann haben wir den aber ganz gut zersplittert hier. So. So. Also mal Ruhe hier im Karton. Ah. Oh. Oh. mit der r kann man sogar waffe wechseln wir sind jetzt hier wir müssen jetzt hier rüber es war natürlich wieder selten dämlich wir müssen wohl hier runter hier waren wir noch nicht ok hier dürfte mich nicht berühren das noch mal probieren auch wieder fehlgeschlagen ja egal so jetzt mal gucken wo wir lang müssen hier können wir noch mal nach unten hier waren auch noch nicht ich habe mal hier mit die combo benutzt mit dem das alles freest ein bisschen eingefroren ist kann ja nicht sein dass die mich immer so platt machen weil man energie ja schon wieder sowas von am arsch ist wie wir jetzt sind wir hier müssen ein nach oben hier rüber super 7 energie wie von da kommen wir ja jetzt nur noch einer hurra weil wir so gut sind wie Das war's. Alter, nein, ey. Oh, Mann. Nur noch einmal spielen. Einmal machen wir's noch, oder? Klar. Oh, geil, das Game. Mir macht das Spaß, muss ich sagen. Finde ich sehr geil, also. Ja. Gucken wir, was wir jetzt kriegen. Oh, ne Art Flammenwerfer. Ja, auch geil. So. Einmal hier lang. Oh, ziemlich widerspannsfähig. Ich spinne. Oh, Mann. So, Karte sagt... Karte sagt, dass wir rechts rüber können. Ah, hier war ich doch schon drin. Trotzdem zeigt die Karte an so... Jetzt hätte ich noch nicht alles gesehen. Ah, ne. Ich bin hier unten, ich trottel. Ich bin ja der grüne Punkt. Mann, 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 Mann. So, jetzt noch mal Konzentration hier. Hier müssen wir rüber. Ja. Oh, wie viel haben wir denn? 88 Gold. 93 Gold. Scheiße, dass die sich immer wieder auflösen, wenn man die eingesammelt hat. Jo. 71 nur Energie. Und, äh... Und, äh... 115 Gold. Yo. Sehr gut. ja was natürlich das schöne ist wir können auch die waffen wechseln war aber sehr überraschend der auf einmal auftaucht jetzt können wir wieder runter waren wir denn noch nicht und jetzt hier rüber und dann unten hier ist doch wieder so eine special special kommen wir können das immer wieder probieren aber naja kommen jetzt noch mal es war schon wieder komplett ganz knapp aber irgendwann schaffen wir es noch mal irgendwann so jetzt kommen wir weiter müssen wir jetzt hier da nach unten da gab es für mein leben energie nur hier irgendwelche secrets sie irritiert ein bisschen dass hier eine leiter ist weil man immer davon ausgeht dass man auf der leiter hochklettern kann so jetzt könnten wir theoretisch nach unten tja wie kommen wir danach wir kommen kommen an die grauen flächen ran und jetzt hier hier auch noch mal rüber gehen sind wir hier aber hier geht es ja nicht raus was im raum ist ja eine sackkasse also müssen wir wieder nach oben jo wird sein einziger weg der richtig ist der hier ja alles klar habt ihr den fall gesehen unten rechts genau heißt klettern jetzt hier lang jo genau hier runter und dann hier runter ja genau freigeschaltet weiter geht's wenn du wege nur ungern zweimal gehst dann benutze die schnellreisefähigkeit ok ja das müsse ich mir auch mal mehr angewöhnen ich kann nur was einsammeln dass wenn ich nah dran bin dass ich da mal so ein säbel ziehe oder so ja der ist eben der erste gespawnt habt ihr gesehen akzeptieren ausrüsten ah scheiße ja freunde wir sind hier so oft gestorben ich würde sagen wir beenden das ganze hier mal ich bedanke mich auf jeden fall für eure aufmerksamkeit und dann sehen wir uns auf jeden fall im nächsten video bis dahin ja Vielen Dank.